servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal ihr habt es gesehen ich habe es die woche schon mal gesagt das trio spiel für world of warcraft blunderstorm ist inzwischen verfügbar und in diesem video klar einmal die news dass es dieses spiel jetzt seit gestern auch bei uns auf den deutschen servern gibt und ich würde sagen wir gucken einfach mal geschmeidig eine runde in den trios rein gucken uns an wie chaotisch ist das oder wie chaotisch ist es vielleicht nicht oder macht es spaß macht es keinen spaß wie droppt man mit den leuten und so weiter und so fort was auf jeden fall schon mal auffällt eine trio runde zu finden dauert scheinbar deutlich länger als das und kaum sagt es poppt auch die q aber es dauert schon ein bisschen länger als im duo und im solo also mal schauen gucken wir mal wie das ganze jetzt von statten geht wenn es dann losgeht so ich bin mal sehr gespannt okay es hängt jetzt ein schar vorne drin einer hängt hinten drauf ich bin mal sehr gespannt ob das jetzt weiß ich nicht richtig chaotisch wird ob man überhaupt einen großartigen unterschied merkt zum bisherigen gameplay oder weiß ich nicht ob das alles weitestgehend gleich ist de facto was es ein bisschen schwieriger machen wird jetzt ist halt die tatsache dass wir wie soll ich sagen dass wir uns jetzt hier zu dritt quasi streiten müssen drum fähigkeiten zu bekommen das ist denke ich der größte knackpunkt in diesem trios modus dementsprechend ist es ganz gut unser wer auch immer geflogen ist ist da gelandet wo es relativ viele rare mobs gibt wir teilen uns jetzt auf gerade das ok ich kriege sogar zwei fähigkeiten lol lucky keine ahnung ob sie da irgendwas erhöht haben mit den drop rates oder sonst irgendwas auf jeden fall hat zumindest jeder von uns jetzt eine angriffsfähigkeit das ist ganz gut leider haben zwei von uns ich und keep my f was weiß ich die axt das ist dann nicht so prickelnd normalerweise wäre es besser wäre das auf einem gebündelt aber mal schauen eventuell können wir da die fähigkeiten noch zwischen uns hin und her swappen jetzt kommen jetzt schauen wir einfach mal wie sich diese runde entwickelt wie gesagt ich bin gespannt ob das ja spaßig wird oder ob es vielleicht totales chaos wird oder ob man gar nichts anderes merkt 19 truppen noch verbleibend also bis hierhin scheint es so auszusehen es würde am anfang erst mal nicht so viel passieren was aber wahrscheinlich auch sinn macht immerhin weiß ich nicht wenn du wenn du du spielst hast du noch mal zehn teams mehr die für sich alleine über die map wuseln und dementsprechend eventuell da mehr raum wegnehmen oder sich mehr auf konflikte aus einlassen whatever hier sind die spieler jetzt halt ein bisschen kompakter alle zusammen weil wegen den teams bis hierhin also alles ruhig und da ist das erste team kaputt 18 truppen noch verbleibend mal schauen mal schauen ich bin auch mal gespannt theoretisch zu sehen dauert das jetzt hier länger diese schose zu viert zu dritt oder ist auch alles beim alten oder 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 es gibt viele fragen diesbezüglich und bisher noch keine antworten aber das werden wir in diesem video herausfinden grundsätzlich wenn ihr mehr plunderstorm videos sehen wollt falls euch das gefällt kann ich noch mal auf meinen zweitkanal verweisen link in der video beschreibung g6 plus da habe ich zuletzt relativ viel plunderstorm gespielt und ich muss sagen am anfang fand ich den modus ja irgendwie nicht so geil inzwischen finde ich ihn aber doch ganz witzig also habe ich ja schon ein paar mal gesagt gerade wenn man mit mates zusammenspielt die man in irgendeiner form kennt mit denen man sich unterhalten kann da ist es dann doch ganz witzig und ermöglicht eigentlich ganz nette plays aber gut apropos plays wir haben jetzt hier glaube ich weitestgehend das abgefarmt an rare mobs was da war okay da unten ist noch was das sollten wir wohl noch mitnehmen leveln was geht bisher würde ich sagen merke ich jetzt nicht so die riesenunterschiede ob das leveln hier jetzt besser oder schlechter ist keine ahnung aber wir haben auf jeden fall alle alle haben ihre vier fähigkeiten slots voll das ist ganz gut das hat zwar jetzt jeder von uns diese dümmliche axt das ist nicht so gut aber ja mein gott kann man jetzt auch nicht mehr ändern hier haben wir noch einen schönen rare mob den wir mitnehmen können nein du vogel okay da wurde gepinkt da wurde gewarnt ich hoffe sie gehen da jetzt nirgendwo rein ich würde nämlich gern erst noch diesen rare mob hier machen mit der möglichen chance auf eine level erhöhung dann komme ich zu euch meine brüders dann komme ich zu euch habt noch einen kleinen moment geduld ach der wirbel der wirbel okay level 6 ich habe leider keine ahnung wie gut wir oder schlecht wir damit jetzt im vergleich da stehen aber da oben sind andere teams da oben geht es schon rund wie wir sehen da ist auch dieses piece of hate oder wie es auf englisch heißt stücke hass 14 truppen noch verbleibend und so langsam dass ein anderer spieler level 6 level 6 okay das scheint jetzt so ziemlich standard zu also level 6 ist scheinbar nicht berauschend aber auch nicht so super schlecht aber auch nicht so super schlecht und jetzt bin ich mal gespannt ob wir hier jetzt fighten werden oder ob wir nicht fighten werden scheinbar hm nein meine mana bombe wir können hier noch ein bisschen plunder mitnehmen schön bisschen looten oh baby oh baby da powern wir doch noch ein bisschen unsere axt hoch sehr gut also der ersten größeren konfrontation sind wir damit wohl erstmal aus dem weg gegangen und ich will dieses in die schatten verschwinden haben das ist richtig richtig gut wenn du es nicht nimmst nimm ich es lul jetzt weiß ich halt nicht was was jetzt sinnvoller wäre zu tun äh sollten wir jetzt wirklich fighten die da hinten sind oh die da hinten sind level 4 level 4 da sollten wir rein da sollten wir auf jeden Fall rein nein da hat er angetäuscht auf der linken Seite angetäuscht und auf der rechten Seite ist er vorbeigewieselt das Schlitzohr aber tot ist er trotzdem das gibt jede Menge Beute hier erstmal sehr schön oh da ist eine lila Truhe gespawnt und was ist das Level 6 Spieler Level 6 ich weiß nicht ob wir da rein sollten wir machen einfach mal und gucken uns an was passiert ah das war dumm dass ich da meinen Heiltrank gedrückt habe das war sehr dumm und damit werden wir sterben damit werden wir sehr wahrscheinlich wipen hier an der Stelle also alles in allem das war jetzt mal wir werden jetzt nicht weitermachen hier an der Stelle habe ich auch keine Lust zu alles in allem Trio Modus geht am Anfang erstaunlich besser als ich es gedacht hätte an Fähigkeiten zu kommen das schon weiß nicht ob sie da was an den Drop Rates gejuiced haben oder nicht aber das war schon okay davon ab es kommt mir so vor aber es ist jetzt halt auch nur eine Runde gewesen als wäre man zumindest am Anfang ein bisschen mehr safe weil einfach zwar immer noch die gleiche Anzahl an Spielern rumwühlt aber ja statt 29 anderer Teams die dich töten wollen sind es nur noch 19 da kann man dem einen oder anderen schon mal ein bisschen aus dem Weg gehen Leveln fühlt sich ein bisschen langsamer an aber ja alles in allem kann man mal machen mal gucken wie das sich dann in Zukunft weiter verhält und damit danke an euch fürs Zusehen bis zum nächsten Video habt eine gute Zeit reingehauen bis zum nächsten Mal